Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Skywars. Und wie ihr wisst, in Minecraft Skywars, da gehe ich immer mit höchster Präzision ran. Und ich muss jetzt, ihr seht euch ja schon rumhüpfen, ich habe mir zwei Leute dazu geholt. Zwei grandiose Menschen, DelayLP und Herr Bergmann. Sag mal hallo jetzt mal, kleine Sprich, hallo. Und ihr geht jetzt erstmal auf Kit-Wahl und dann wählt ihr da unten rechts Zufall, den Redstone-Block aus. Weil bei mir ist keine Ahnung, die Devise, mit der gespielt wird. Deswegen auch keine Kit-Wahl oder so. Man soll möglichst unvorbereitet da reingehen. Ansonsten, in Prozentzahl, wie groß ist eure Skywars-Erfahrung? Zwei. Zwei bei... Zwanzig bei Dario, okay. Das heißt, zusammen schaffen wir es vielleicht auf dreißig Prozent. Ja, reicht. Ich habe gerade so eine Kiste bekommen mit Goldapfel und Rüstung ohne Ende und... Krass. Das ist krass, oder? Das ist heftig. Sind wir denn alle halbwegs ausgerüstet? Wir bleiben ja erstmal ein bisschen defensiv. Wem fehlt was? Ich habe keine Waffe, ne? Also, kann man hier schon welche rüber? Ich hatte noch einen Goldharnisch mit Schutz 1. Muss man nicht hier irgendwie auf Farmen gehen und so? Man kann auf Farmen gehen. Das kann man machen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Ja, aber man kann natürlich auch die Diamanten liegen lassen, das reicht. Ja, da steht nein zur Atomkraft. Das wäre natürlich eine Option. Das ist ja auch noch politisches Statement oben drauf. So, ich guck mal, ob hier... Da baut sich schon einer rüber! Da baut sich schon einer rüber! Ich kann hier mit Schneebellen runterwerfen, Alter. Werfen runter, werfen runter, komm rüber! Dario! Hu! Alter, hat er kurz Angst gehabt. Oh, Alter, riecht es bei mir ab. Aber guck mal, wie ich das erkannt habe, ey. Leute, immer so aufpassen, Leute, aufpassen, aufpassen. Leute, Achtung! Na klar, stehe einfach neben mich. Nur die Fackel wieder weg, sonst geht die auch kaputt. Warum machst du das? Was war das? Das war ein Ablenkungsmanöver. Geh weg, geh weg, doch! Ich hab sie vergiftet. Was machst du? Ich hab sie vergiftet, ich hab sie vergiftet. Warum hast du sie vergiftet? Ja, weil ich hier Tränke hatte, Alter. Weil ich ein Magier bin. Ja, aber ich wollte hier eine krasse Falle bauen. Und du hast irgendwie... Du hast den Plan verarbeitet. Dario, 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 guck mal. Hier, ich hab Eisen. Dario, ich hab Eisen, aber kannst du hier ein Schwert machen? Hinter dir, hinter dir liegt Eisen. Okay? Ich habe versucht, hier zu treffen, und ich habe mich nicht getroffen. Hinter dir liegt Eisen. Lass mich doch eine Falle bauen, Bergmann. Ja, okay. Ich hab sie nochmal getroffen. Guck mal, hier. Digga. Oh, was macht der? Tim? Wieso geht er auf mich? Tim! Ich hab den nicht unter Kontrolle, die Creeper. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Hast du noch eine Redstone-Fackel? Nee, ne? Ja, ich hab noch hier so richtig... Na klar. Mach mal richtig bumm. Hat nicht funktioniert. Doch, oder? Er hat's versucht, zu blocken. Die haben so richtig krasse Tricks drauf. Der ist ein richtig krasses Skiller, ja. Das sind die richtig krassen Skiller hier, ey. Sind die richtig heftig drauf? Die sind richtig heftig drauf. Die sind richtig heftig drauf. Rüst dich einfach mal weiter aus, Dario. Du bist unser Terminator. Du bist unsere Waffe. Ja, ich hab jetzt das Steerschwert ready. Okay, er hat ne Angeln, Alter. Er hat ne Angeln, ja. Ja. Das Ding ist, ich hab halt alle meine Schneewelle verworfen, ne? War so ein bisschen... Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Ready. Döden! Oh! Bist du runtergefallen? Ja, warte. Ja. Nice. Okay. Ich bin tot jetzt, also auch. Ich hab leider... Ich wollte einen harden Move hinlegen und dann war da noch Wasser, da hätte ich noch drin landen können, aber jetzt bin ich halb... Dario! Und ich bin tot. Nice, Tim. Du machst das. Ist Dario auch tot? Ja, ja. Wo ist denn Tim? Da drüben wahrscheinlich. Irgendwo bei dem Wasser. Ich hab mich versteckt, Alter. Ich hab mich in die Wand eingebaut. Ja, das war ja auch ganz klar jetzt die Aufwärmrunde, weil wir müssen ja erstmal lernen, gemeinsam als Team zu agieren. Na klar. Tim! Tim, guck mich an. Tim, guck mich an. Ja, wo bist du denn? Hier, guck mich an! Er hat jetzt wegteleportiert. Ah! Ah! Okay. Also. Was, was, was... Ich bin Enderman. Ich bin Enderman! Ich kann mich direkt in die Mitte poppen, aber da ist schon einer. Das mach ich nicht. Ich bin ein Wolfsjunge. Ich bin ein Enderman. Enderman. Du bist ein Wolfsjunge? Ja, ich kann ganz viele Wolfe spawnen. Ich bin Alanman. Ich bin ein Enderman. Ich bin ein Enderman. Ah, nice. Da ist auch noch ne Enderperle drinnen. Ja, greif mal zu, ne, du kleiner Enderman. Das ist schon, das ist schon... Hier, da sind auch das Problem. Das sind drei, die gucken schon so mies in unsere Richtung. Und ich hab... Hat jemand ein Schwert? Ich geh mal direkt drüber, Alter. Ja, ich hab ein Schwert. Kannst du mir jetzt... Direkt mal zerstören. Kannst du mir jetzt geben? Oh, hier. Das ist doch echt zwei Schwerder. Beidhändig, Alter. Dankeschön. Dann geht's richtig ab. Ja. Richtig ab, sehr geil. Ey, Tim. Dankeschön, Alter. Ja, einfach Dankeschön, Alter. Bitte, 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 bitte. Da kommt... Oh, komm. Oh, Gott. So, ich könnte mich jetzt eigentlich, wenn ich Bock hätte... Ich weiß nur nicht, wie das funktioniert mit dem Enderman. Ich probier's mal. Das ist die Frage, ne? Digga! Oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin, ich bin zurückgesprungen. Ich bin zurückgesprungen. Greif an. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich sowas von tot. Ich bin nur noch am rumhüpfen. Ich hab auch zwei Diamanten gekriegt. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin schon wieder tot. Ich hab drei Leute gekillt, aber ich bin tot. Eine hab ich mitgenommen, Digger. Lebt noch wer von uns? Ja, ich lebe. Achso, echt? Wieso lebst du denn immer noch? Wo bist du? Ich bin, ich bin zu uns gerannt. Nice. Nein! Ich wollte, ach, warum, welchen Trank denn so scheiße, Alter? Wo bist du denn? Ich bin tot. Okay. Arschgeigen. Motherfucker. Schön, da hat wieder jemand richtig, lässt wieder richtig jemand schön seine Aggression im Chat raus, Alter. Runde Nummer drei. Das ist die letzte Runde, die wir uns für heute noch gönnen werden in dieser Konstruktion. Diesmal bin ich der Magier. Mit einer goldenen Karotte und ganz so tranquil hier. Das ist gar nicht mal so schlecht hier. Ich freue mich drauf. Ihr seid unsichtbar bei mir. Ist egal. Und wir werden ja immer trainierter. Ja. Wir werden ja immer trainierter. Immer besser. Ja. Ja, das stimmt, klar. Warum kann ich euch nicht, warum kann ich euch nicht sehen? Ich weiß nicht, ich seh dich. Die kommen doch schon rüber. Ja. Habt ihr schon alles... Ja, hier gibt's ne Rüstung. Habt ihr schon alles reingesend? Ne, ich werd jetzt mal, ich werd jetzt mal hier ein bisschen Farben gehen, weil ich hab jetzt hier ne Spitzhacke aus Eisen, Alter, und dann... Ich hab noch keine, keine Waffe, das ist echt ein bisschen... Ja, ich schau mal grad nach hier unten. Habt ihr grad ne Axt zugeworfen, oder nicht? Ja, aber ich glaub mit der Axt werde ich nicht so die sicken PvP-Moves sehen. Du kannst doch nicht... Du kannst doch nicht... Du kannst doch nicht sagen, du radest keine Waffe, wenn ich dir grad ne Axt zugeworfen hab. Das ist tatsächlich ne... Das ist natürlich... Das ist natürlich korrekt. Das ist natürlich... Das ist natürlich... Das ist natürlich korrekt. Leute? Weißt du welches Kit ich hab? Welches? M-A-T-T! Das werd ich jetzt auch anzuwenden. Oh Gott, was explodiert denn da alles? Ja das war dein Kit... Ja, das war dein Kit... Das ist doch dein Kit, das killt random einfach... Hä, ne, ne der... der... der leckt grad durch die Luft? Vielleicht hat er sich get-TNT boosted. Na klar. Das war glaub ich echt so n... so n... so n... Wizard-Trick hier, Alter. Warte mal. Ich geh auch mal hoch, vielleicht kann ich ja meine Tränke einfach... direkt in der face slurpen. Dario, weißt du weiter ab oder was machst du? Ja, aber hier gibt's noch Scheiße. Ist so ein bisschen das Problem, ne? Ja, ich hab auch wirklich... Was? Nice! Ja doch, da kommen welche rüber! Hau ab da! Hau ab da! Komm zu uns! Hau ab! Bau dich irgendwie hoch! Dario, bau dich einfach hoch! Dario, schnell auf den Pilz! Dario, du musst jetzt reagieren! Hau dir ab jetzt! Hau dir ab! Mit dem Stärketranken kann ich auch richtig slurp mal, aber dafür bräuchte eigentlich meine Waffe, ey! Dario, komm her! Ich kann zumindest gleich ein Eisenschwert machen, Leute, wenn ich da bin. Wir könnten eigentlich auch mal was abbauen, wenn wir Bock drauf hätten. Ja, ich find das grad viel spannender, hier mit Dario zuzugucken, Alter! Oh shit, das stimmt! Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Leute! Mach den Erbobji! Ich weiß es nicht! Er kommt, er kommt, er kommt! Wir müssen uns viel weiterbauen, Leute! Wie wollen wir das, wie wollen wir das? Schnell! Sag mir, wann sie kommen! Sag mir, wann sie oben sind! Bauen wir ein Schwert, Dario! Was machst du, Tim? Ich hab einen mit dem Dierschwert getötet! Tim, gib mir das Schwert! Gib mir die Rüstung! Gib mir alles! Nein, ich komm, ich komm! Ich bin da! Wo bist du? Ich hab neun Diamanten! Wieso lebt der wieder? Weiß ich nicht, weil der sich gepordert hat vielleicht! Geh noch nicht drauf! Ich hab richtig viele Dierschwerter! Ich hab ihm gegönnt! Gib mir was, gib mir ne Waffe! Hier, komm her, komm her! Hier ein Dierschwert! Ich hab neun Diamanten! Wartet! Ich hab jetzt übrigens Stärke! Ich hab jetzt Stärke für zwei Minuten! Ich hab einfach eingeworfen! Da kommt einer, da kommt einer! Versuch den abzuwehren! Versuch den abzuwehren! Von wo kommt der? Von da von wo wir kamen! Ich hab Schafnisschwert! Wo ist er genau? Wo ist er genau? Die kommen alle drei! Die kommen alle drei! Oh Gott! Hat uns das jemand jeweils aufgehalten, Dominik? Ja, das hat uns eigentlich... Jeden Runde aufgehalten! Aber dieses Mal nicht! Dieses Mal wird alles anders! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Diesmal wird alles anders! Alles wird anders! Dieses Mal! Alles wird anders! Dieses Mal! Soll nur herkommen, Alter! Ich werfe ihm meine Schwäche zu sein! Der kommt direkt in die Fresse, ey! Wie Angst die haben! Das ist lächerlich! Die anderen kommen von der anderen Seite jetzt grad, ne? Glaub ich! Bald geht er! Soll, dann geht rauf! Komm, geht rauf! Wir gehen rauf da! Aber ich werfe meinen Schwäche dran gleich! Alles wird anders! Dieses Mal! Ich hab doch Stario mit meinem Schwäche dran getroffen! Ich weiß nicht! Ja, kann gut sein! Den ersten hab ich! Ja, ja! Den zweiten hab ich auch! Ich hab einfach lauter Tränke eingeworfen zu den völlig falschen Zeitpunkten! Dario irgendwie hat nen Schwäche-Tank beworfen! Und wir haben trotzdem gewonnen! Aber hat uns das aufgehalten, Dominik? Nein! Und das ist der wichtige Punkt! Wo hab ich denn auch die ganze Rüstung her? Warum zieh ich die denn nicht an? Habt ihr was zu essen oder so? Weil ich bin halb tot! Ja! Hier! Warte! Ich hab glaube ich nen Kuchen! Ne, hier! Steak hab ich wirklich super! Warum zieh ich denn meine ganze Rüstung nicht an? Kann mir das mal jemand erklären? Ich spiele die ganze Zeit ohne richtige Rüstung! Und gehen wir jetzt? Von dem einen hier? Ja, wir gehen ganz schön mal im Uhrzeigersinn, ne? Einfach im Uhr... Der eine hat da... Der eine kann das... In der Mitte ist alles am Exploden, Alter! Ich hab auch ne Enderpearl! Da musst du aufpassen! Weil... Mit ne Enderpearl könnte die dich auch weg... Der eine kommt jetzt! Der andere kommt jetzt grad rüber! Von hinten? Wollen wir auf den Gehen? Ja, ich würde schon sagen, dass wir den Plan machen, ey! Ja! Kann man gar nicht lange fackern! Er traut sich nicht! Er traut sich nicht! Ja komm, lass ihn destroyen, oder? Was ist der Plan? Ja, lass ihn destroyen! Leider! Wollen wir das probieren? Ja! Ich halt mich ein bisschen zurück, weil... Ich will ja als Aufnahme leider nicht so früh... Natürlich! Wo ist er denn jetzt genau? Sterben! Da oben! Auf dem Pilz! Okay! Wenn er ne Angel hat, ist er halt doof, ne? Der hat ne Angel? Oh, er hat ne Angel! Nice! Dario ist unten! Okay, nice! Den Angeltest gemacht! Positiv! Ich bin jetzt allein hier! Tim ist auch allein da! Ja, gib mir mal... Gib mir mal ein paar Status-Meldungen hier! Wie... Was er so macht! Ja, der kommt jetzt grad runter! Glaub ich zu dir! Ich bin jetzt auch da! Ohne, dass er mich runter angeln konnte! Das war scheiße, ey! Wir hätten... Ja... Wir hätten einfach weitergehen sollen! Oh shit! Oh nein! Ich... Ich hab... Hot Green hab ich nicht geschafft! Tim! Hast du dir mit der Faust geschlagen? Ja! Wieso bist du tot? Ja, weil ich mit der Enderperle hoch bin und dachte... Und dann falsch gedacht hab! Tim! Wenn du jetzt nicht tötest, hat er uns drei fertig gemacht! Obwohl wir stärker ergriffen sind! Ist ja natürlich peinlich, ne? Ja! Ach Quatsch! Nimm dir mal mein Dia-Schwert da! Anstatt mit dem Steinschwert rumzudümpeln! Ja! Ich find das gut sein, dass ich jetzt mal trauen würde! Ich glaub ich hab euch nen Trank geschluckt, ne? Also... Das war ein mega Wurf von mir! Ey! Irgendwann mit seinem Angeln, ey! Als würde er mich fischen! Ist crazy, ne? Er kommt auch nicht runter, er will einfach auch nicht runterkommen! Jetzt kommt er bestimmt gleich! Ja! Oha! Der hat irgendwas geschluckt! Aber ich hab ihn! Nice! Oh, da sind sie! Sind die noch zu zweit? Kann das sein? Ja! Das ist ein bisschen ungeil jetzt! Meint der jetzt gerade selbst den Fluchtweg ab? Außer wenn ich einen einfach runterangele! Ich wollte gerade sagen! Krass! Ist er tot? Da ist einfach der andere den Fluchtweg abgeschnitten mit TNT! Mhm! Übel! Ey! Ich hab den runterbekommen mit der Angel! Oha! Mit Werkbänken! Den hättest du vielleicht beide angeln sollen! Das wär noch besser gewesen! Oha! 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 Digga, was passiert jetzt? Oh my god! Amager! Aber was er halt nicht weiß ist, dass alles anders wird dieses Mal! Und deswegen... Ja! No chance, ne? Ich bin so gespannt, was jetzt passiert! Ich weiß auch nicht so genau, was er hier vorhat! Er wirft Eisen weg! Alles klar! Er kotzt Fleisch! Interessant! Ich glaube es ist eher so ein... Oh! Oh shit! Was wird passieren? Nass! Du schaffst es noch! Nein! Regeneriere! Renn weg! Renn weg! Regeneriere! Renn weg! Regeneriere! Alter! Der verfolgt dich, ne? Die Angel! Angel! Ja, ja, ja! Ey, das war jetzt... Da hat er echt gut sich geboostet! Ich habe ihn da nämlich wirklich nicht richtig erwischt! Hat er gut gezielt, ne? Wirklich? Tim! Wir nehmen auf, ja? Mach jetzt das gleiche nochmal! Alright! Was ist dein Plan? Naja, lässt mich jetzt erstmal ein bisschen raggen, so wie es aussieht! Ey, ist halt wenn er da so von oben kommt, ist das halt auch echt nicht einfach irgendwie! Mhm! Weil der gibt einem dann schon ganz schön was mit! Ist das irgendwo runter? Oh shit! Komm schon! Boah, wieso hat er so viel? Komm schon! Wieso hält er so viel aus? Mit einem halben Herz! Nice! Ihr habt gewonnen! Digger! Krass! Ach, du hast echt gewonnen! Ich dachte gerade, du hast verloren! Mega! GG! Jetzt noch den Tanker Schwächer auf mich drauf! Ja! Nicer Dizer! Und dann ist das ne sicheres... Nicer! Alright! Alles wird anders dieses Mal! Das war heute ne lange und schwere Geburt, bis ich zu so ner Runde gekommen bin! Aber mit meinen beiden Recken! Mit meinen beiden Recken und mit meinen beiden Freunden! Möcht ich es schon fast nennen! Dario und Tim! Habe ich es... Nein! Möchte ich nicht! Ok! Habe ich es hier geschafft, etwas hinzubekommen! Die beiden sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Vielen lieben Dank fürs Zustauen. Jetzt wisst ihr, wie man Skywars richtig spielt. Nämlich indem man seine beiden Teamkameraden opfert und dann die Runde gewinnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüttüttü und reingehauen.